Die Erkrankung von Anne hat uns schon während der EM beschäftigen müssen, weil es dort dann leider dieses Negative oder schon zumindest die Möglichkeit ergab und wir das Wissen hatten, dass das Ergebnis vielleicht nicht positiv sein kann. Am Ende der EM wussten wir dann eben, dass das Ergebnis nicht gut ist. Wir haben am Samstag noch Kontakt gehabt, dort haben wir noch miteinander geschrieben und da war es klar, dass sie sich eben jetzt in die Behandlung begibt. Sie hatte zwei Möglichkeiten, diese Termine wahrzunehmen. Es ist jetzt so, dass das halt die Überschneidung gibt, wenn sie den anderen Termin hätte wahrnehmen können, wäre sie bei unserer Maßnahme jetzt dabei gewesen. Anne ist ein Kämpfer, so wie ich sie erlebe. Sie geht das an mit allem, was sie hat, mit ihrer Stringentheit, mit ihrem Optimismus, aber auch ihrer Art, ja ich sag mal, aus schwierigen Situationen wiederum Stärke zu gewinnen. Und deshalb hat sie sich ja auch bewusst entschieden, das Thema nochmal öffentlich zu machen. Und deshalb drücken wir jetzt alle die Daumen, dass das gut wird, dass sie die Kraft und die Energie hat, das wiederum anzugehen. Und so wie ich sie verstanden habe und ja auch die Ärzte ihr das Verständnis gegeben haben, sind die Prognosen ja, ich glaube, eher positiv. Aber wie gesagt, das wird dann die Zukunft und die Zeit bringen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass die Anne komplett wieder gesund wird. Und so wie gesagt, das wird dann wiederum sein.